Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Ich bin mal wieder total auf den Hund gekommen und ausnahmsweise hat die Firma Dinner for Dogs oder Dinner for Cats nichts damit zu tun. Sondern wir haben es heute mal wieder mit unseren Freunden von der Ad Targeting GmbH aus Paderborn mit der Hamburger Telefonnummer zu tun. Die gleichen Experten, die Wunderwindeln, tollen Kaffee, traumhaftes Duschgel und Nintendo 64 herstellen, haben sich jetzt als Multimillionen-Talente dazu entschieden, royales Hunde- und Katzenfutter zu entwerfen. Das wollen wir uns heute mal angucken. Die Masche ist hier natürlich immer dieselbe. Der geneigte Besitzer eines Tieres wird hier angeregt, sich vermeintlich extrem hochwertiges Hunde- oder Katzenfutter bestellen bzw. zu testen liefern lassen zu können. Hier kannst du auswählen, willst du für Hund oder für Katze. Hier kannst du dann nicht reinschreiben, wie der Hund heißt, sondern wie du selber heißt und dann kriegst du das vermeintlich. Aber auch nur 100 Leute pro Monat bekommen das Ganze. Jetzt wird natürlich der geneigte Hunde- oder Katzenhalter gleich aufmerksam werden. Warum sollte man einfach so das Futter wechseln? Macht keinen Sinn, mal eben Pro-Bepackung von irgendwas zu bestellen, wenn alles in Ordnung ist. Normal machst du einen Futterwechsel, wenn die Tiere älter werden, heißt, gehst du von Junior-Futter auf normales Futter oder von normalem Futter auf Senior-Futter über. Oder wenn es eine Unverträglichkeit gibt, wegen dieser ganzen Überzeugung, vor allem halt bei Hunden, dass die nicht klarkommen mit tierischen Proteinen, zum Beispiel von Schweinen oder von Kuh. Gibt es Allergiker-Futter? Gibt es Futter speziell, wenn die Tiere sind kastriert oder wenn die Probleme mit Verdauung haben? Und da sollte man nicht irgendeinen Schrott aus dem Internet kaufen oder bestellen oder testen und das den Tieren hinsetzen, weil man weiß nie, was man denen damit unter Umständen antut. Hier wird zwar damit geworben, für Tiere mit empfindlicher Verdauung, Getreidefrei, Glutenfrei, was so bei den Premium-Futter-Sorten auch immer mit draufsteht. Ihr hört raus, Dimitri kennt sich da ein bisschen aus. Jetzt ist das hier aber wie bei allen anderen Produkten, die die Ad-Targeting GmbH vermeintlich zum Test anbietet. Sie existieren nicht real. Es gibt keine Informationen zu dieser Futtermarke. Das Einzige, was man findet, ist bei Petroyal, weil hier schreiben sie es einmal getrennt. Oben in Titelbar schreiben sie Petroyal zusammen. Man findet im Internet nichts dazu, außer Links zur Gewinnspielseite. Es gibt eine Firma in Großbritannien, die heißt Petroyal, die hat aber mit denen hier offensichtlich nichts zu tun. Die Masche, wie funktioniert sie? Das gleiche wie immer. Der geneigte Tierbesitzer, der denkt, okay, kann ich ein bisschen Geld sparen, wie auch immer, ich trage mich hier rein, verewigt sich hier mit seinen Kundendaten, wird danach wahrscheinlich ironischerweise noch von Dinner for Dogs angerufen, die ihm dann wiederum ein anderes Futter andrehen wollen, als das, was er hier schon gekauft hat. Wir schauen einfach mal spaßeshalber, ob die hier drin sind, weil dann würde das diese Sponsorenliste wieder mal ad absurdum führen. Warum sollte ich Energielieferanten, Kreditkartenanbieter, geschweige denn andere Produzenten von Hundennahrung, als Sponsoren dafür haben, dass sich Leute meine Hundennahrung testen lassen? What the fuck, blöd, macht keinen Sinn. Wir wollen einmal gucken. Allianz Deutschland, da, 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 da. Hier sind so die üblichen Verdächtigen. Energieriesen, Versicherungsriesen, Zeitschriftenriesen. Und wir suchen, suchen wir diesmal wirklich vergeblich? Suchen wir vergeblich? Dinner for Dogs steht nicht drin, Leute. Ich kriege gerade, oh, die haben mitgedacht. Gibt es das? Doch, da ist er. Warte, ich habe es gesehen. Irgendwo was. Ich bin zu schnell da. Century BS GmbH Dinner for Dogs. Du meldest dich an, um ein Futter zu testen. Eine Umstellung machst du, wie gesagt, nicht aus Spaß, sondern wirklich nur, wenn notwendig wird, weil Tier andere Altersstufe oder Unverträglichkeit, Krankheit, wie auch immer. Und dann bestellst du vermeintlich ein Testprodukt und dann ruft dich der Nächste an und will dir Futter verkaufen. Das ist so, als wenn McDonalds Werbung für Burger King machen würde oder umgekehrt. Generell sagt man ja in der Tierhalterbranche, so im Fachmarkt und Tierarzt etc. Alles, was du an Futter sparst, bei Geld, also so mit so Billigfutter, wo fast nur Getreide drin ist, das zahlst du beim Tierarzt doppelt und dreifach wieder raus. Das ist auch meine Erfahrung. Ich unterstütze diese These. Gutes Futter, extrem wichtig, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Ist genau wie bei uns. Wir möchten auch gerne was Gutes essen. Aber bitte, bitte, bitte von einem Tierliebhaber hochzählen. Niemals irgendwelche unbekannten Sachen aus dem Internet, geschweige denn von einer dubiosen Datensammlerquelle, wo ihr sowieso nichts bekommen würdet. Wenn ihr auf der Suche nach Futter für euer Tier seid, weil ihr euch was Neues angeschafft habt oder weil sich Alter, Gesundheitszustand, wie auch immer geändert haben, Fachmarkt, Tierarzt. Nicht irgendwo blind im Internet irgendwas machen. Im schlimmsten Fall schadet ihr euren Tieren. Jetzt haben wir die eben schon gesehen. All diese Firmen hier bekommen dann eure Daten zugeschickt. Hier ist natürlich auch wieder Kundenkreis sehr, sehr weit gehalten. Ist jetzt nicht wie bei Wunderwindel, dass man sagen kann, da sprechen sich hauptsächlich werdende Älteren an. Hier kannst du den kleinen Sohn oder Tochter haben, wo denn gut, wo können wir mal was testen, was ist gut. Bei jungen Menschen die erste eigene Wohnung, erste eigene Katze. Bis hin zu den alten Menschen, die denken, ich informiere mich mal im Internet oder sehe das zufällig. Heißt, hier ist die Fangmasche sehr weit gesponnen. Auch hier wieder vielen lieben Dank an den fleißigen Zuhörer, der mir den Link zu diesem Gewinnspiel geschickt hat. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr bei YouTube einen Kommentar hinterlasst, indem ihr mich bei Facebook bei solchen Sachen markiert, wenn die da gepostet werden, mir einfach eine E-Mail schreibt oder euch sonst eine von den zigtausend Kontaktmöglichkeiten aussucht, die ich mir da zusammen gebastelt habe. Und dann können wir anderen Menschen helfen, dass sie auf solche Geschichten nicht reinfallen. Ihr habt jetzt ja gesehen, auf was diese Geschichte hier wieder rausläuft. Targeting GmbH machen das ganz schön perfide, ist meine persönliche Einschätzung. Eben mit Produkten, die nicht einmal real existieren. Dafür sparen die sich dann unten die Klausel, dass Nivea, Milka, Apple und so weiter nicht Sponsor sind, aber die Produkte gibt es nicht. Das heißt, hier ist die Lüge offensichtlich. Ein nicht vorhandenes Produkt kann nicht verlost werden. Auch unter 100.000 Teilnehmern 100 Mal nicht. Was nicht existiert, kann nicht verlost werden. Und da es keine Informationsseite über diese vermeintlich existenten Sachen gibt, haben wir keine Möglichkeit, Qualität, Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, Verträglichkeit etc. einzuschätzen. Und da wir unsere alle Tiere lieben, ob der Hund jetzt Hitler, Stalin oder lecker Hühnchen heißt, ist völlig egal. Das hier wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gut für sie. Von daher, wie immer bitte ich euch, das Ganze zu verbreiten, das Ganze zu kommentieren und zu teilen, was mir sehr hilft, dass YouTube mich interessanter findet und ein paar mehr Leute zeigt, denn nur so kriegen wir im Endeffekt mehr Leute erreicht. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge Datenfallen erkennen oder beim nächsten Anruf oder bei der nächsten Frage-Antwort-Runde. Das wird Anja.